So, wir haben jetzt wieder einen schönen Drill drauf. Die Bissen hat er in 120 Meter Tiefe. Da haben wir ein bisschen rumgespielt. Spielen muss man unbedingt. Zwischen 120 und 90 Meter ein bisschen rumgespielt. Und beim Ablassen, Stopp, Ablassen, Stopp. Ja, ein bisschen tricksen ist klar. Da ist er eingestiegen, der Kollege. Da hat er keinen Spaß verstanden. Wollen wir mal sehen, was das ist. Könnte wieder ein großer Dorsch sein. Kämpft relativ wenig. Aber... Ein bisschen harmloser als der andere. Der wird oben, oder? Na ja. Ein bisschen Trauer geben. Mal ein bisschen Routenspitze zeigen hier. Vielleicht seht ihr auch mal die Routenspitze. Was da richtig Power ist. Macht sich gut mit einer Inliner hier. Keine Schleichwerbung machen, aber macht sich wirklich gut. Könnte wieder so ein Gerät sein. Mal schauen. Aber hängt dran wie ein Wassereimer. Macht zwar ein paar Schläge. Bei so ein Lump ist es nicht. Da kann ich euch beruhigen. Ja. Sehen wir schon das Weiße? Ja, sehen wir schon. Da unten. Das ist ein Dorsch. Das ist ein Dorsch? Dorsch. Das ist ein 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 Dorsch. Auf dem Back. Das ist nicht so gewaltig, aber... auch nicht schlecht, wa? Ja. Ja, ja. So dampfen wir auch, ja? Ja.